Jo, was geht ab bei euch auf der Erde der Technofox hier von der Erde. Nun spielen wir ein neues Sonic Fangame und zwar Sonic Chaos Tychois Hill Demo. Oh ja, entschuldige bitte meine nassen Haare, ich kam gerade aus der morgerlichen Dusche. Und ähm, ja ich glaube der Controller funktioniert nicht, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Na, komm. Will nicht. Schade, na gut, egal. Nehmen wir die Tastatur. Sonic und Miles Taves Brower hin. Ja. Sonic Chaos. Wo ist Any Button? Und ich hab ein bisschen angespielt. Nehmen wir neues. Angespielt und gucken ob der Controller funktioniert und so. Türki... Tür... Tür... Ah. Ah. Türkesfahne Hügel. Ah. Haben wir extra nachgeguckt wie das englische Wort ausgesprochen wird. Extra nachgeguckt und schon wieder vergessen. Ja. Ja. Genau, sag ich jetzt. Dann haben wir ihn hier. Auf die Batniks springen. Ja, der Batnik geht nicht. Er will nicht so. Und das ist hier wieder ganz klassisch. 2D Sonic. Er ist inspiriert von den Sonic 8 Bit Games und von Sonic Mania. Auto hab ich vergessen nachzugucken. Ich weiß jetzt nicht wie der Auto heißt. Aber der Link steht in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr dann die Entwicklerseite ansehen. Oh. Hoch. Hier drauf. So. Extra Leben bekommen. Star Pole. Oh. Hier kann man hoch. So. Ich glaube hier geht's lang. Oh nein. Nein. Oh. Verflext. Grube. Da war ich am ersten anspielen und auch durchgekommen. Habe ich gedacht, dass es da unten weiter geht. Aber das ist eine Grube. Eine bodenlose Grube. Aber wo geht's denn hier lang? Wo geht's denn hier hoch? Hier etwa. Hier etwa. So. So geht's weiter. Jetzt sind wir durch. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Oh. Oh. Ich fällte da einfach runter. Oh. Und da ich hier in Badnik hinein. Und auch noch diesen einfachen Badnik. Oh. Die Plattform geht noch ganz schön runter. So. 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 . So. 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 links aber ich glaube jetzt geht es wieder nach rechts. Soll man hier hoch einen Schritt bekommen? Soll man da hochkommen? Tails käme wieder hoch. Der kann fliegen aber hier mit Sonne geht nicht. Schon wieder runter. Gibt es aber wohl nicht. So. Hoch. Ey, wie soll man da jetzt hinkommen? So, noch mal. Ja, geht doch. Ein bisschen drüber. So. Die Plattformen, die wir verschwinden. Das hier durch. Nein. Na, komm schon. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Ich hätte uns fast erwischt. So. Zieh entlang. Durch den Looping. Irgendwie hoch. Und ein zweites Schild. Kann da nur eins tragen. Und wir haben 100 Ringe. Wir haben extra Leben bekommen. Nur um sie gleich wieder alles zu verlieren. Irgendwann verlieren wir alle Ringe wieder. 100. 100. Verschuldige Zahl. 123 Ringe. Ich werde das nochmal. Wo geht es lang? Oh. Ich dachte, ich werde unverwundet. Damit habe ich nur die Spitzschuße. Okay. Wo geht es hier lang? Ah, das ist doch nicht game. Zwei Level und man hat sie schon verlaufen. Schaut doch mein Gesichtsausdruck an. Ja. So, so sieht es aus. So sieht es aus. Hier, da sind Pfeile. Da geht es rechts von mir durch. Nee. Wo geht es lang? Vielleicht hier hoch? Hier waren wir doch gerade eben. Vielleicht hier runter. Ja, schon sind alle Ringe weg. Mann. Ich dachte, man kann so schön draufschöpfen. So wie die Beine. Beim Dritten hat es nicht gereicht. Oh, je. Oh, die Spitzen drauf. Schauen die Seelen zu sehen. So sehen, allein, ruhig. Die sitzen da die Spitzen drauf und die sind so doof und springen hinein. Aber nur, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Ganzes Weg nochmal zurückrennen. Hier. Nee. Ich glaube, wir müssen höher. Ich denke, wir sind gleich zu beschmerzenden Monitoren. Aber damit kann man auch nicht höher springen. Nicht sehr viel. Was war das jetzt? Der ging nach oben. Nochmal. Wieso klappt das nicht nochmal? Wieso klappt das nicht nochmal? Was soll das? Ja, damit geht es. Wow. Ja, Mann hoch. Ja, geht doch. Wow. Endlich. Endlich jetzt weiter. Ich dachte schon, wir hängen da jetzt ewig drin fest. So. Jetzt war das Spiel auch wieder Spaß. So. Wo? Was war das? Was soll's? Gehen wir wieder weg. So. So. So ein Schild schnappen. Ja, ich glaube, es geht nach links. Äh, gehen wir nochmal an der Plattform höher, wenn es geht. So. Jetzt sind wir wohl hoch genug. Jetzt geht's schnell. Oh. So. So. So, schon der nächste Endgegner. Das ist der nächste Endgegner. Chaos zu mir. Chaos zu mir. Meiner. Meiner. Meins. 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 Oh. Doch nicht. Oh, wie bekämpft man den? Das ist der nächste Endgegner. Nein, der ist ja wohl nicht der Endgegner. Das ist doch nicht der Endgegner. Ernst. Ja, doll. Das haben wir nicht mal Ringe. No. Nochmal. Oh, Gottes Willen. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Wie war ich mit den Dingern aus? Hey, man kann ja von der Seite noch angreifen. Boah. Von der Seite kann man ja noch angreifen. Das war, das war jetzt ein komplizierter Endgegner. Aber wenn man raus hat, wie es geht, dann ging es eigentlich. Ich glaube, dass ich den roten Kerl haben wollte und wir hinterher. Verfolgungsjagd, jetzt wird es Sonic Pursuit. Da, dü, da, da. Sonic ist da. Das ist jetzt alles, was wir jetzt machen müssen, aber nur hinrennen und dann... Robotnik erlegen, anscheinend schon. Auch kein ernst gemeinter Endgegner. Auch kein so richtig ernst gemeinter Endgegner. Sonic 2, Wack 2, er läuft von selbst. Ich mach nix. So, das war's. 2 Acts. Ja. Ist schon... Nettes Spiel. Hat Spaß gemacht. Wir können jetzt auch nochmal als Tails zusammen kurz anspielen, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Das wird dann nichts. Das wird dann langweilig. Okay, so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Und, ähm, ja, ohne viele Worte zu sagen, sag ich dann, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.